Es ist kalt, krack, ich suhle mich im Edgar Wasser Ich bin cool, denn ich mache jetzt in etwa Wasser Auch gemacht hat, doch ich verklage ihn nicht Denn ich hab ein gutes Herz Ich schreibe keine Texte, sondern Doktorarbeiten So wie Karl, Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Buhl, Freiherr Von und zu Guttenberg Dass das kein guter Vergleich war, ist mir schon klar Aber sagt es lieber mal meinem Ghostwriter Der will sich Zeit auch von sparen und klaut sich deshalb die Hälfte meiner Texte zusammen Na dann rede ich mich halt raus und sag Die Wacken Lines war ne Persi-Flash Und die Wacken Lines von Rappern, die meine Adresse kennen Ja die war ne Hommage Und mich verplagen, ihr hat's für Würfen zu schützen und sich Ab sofort halt ein Quellenverzeichnis Fußnote 1, siehe die Quellenverzeichnis-Line Von T.Split Fußnote 2 Der Style ist ein Zitat von Edgar Wassermusik Fußnote 3, siehe die Fußnoten Lines von der Plot Ich hab die Links zu ihren Schüler-VZ-Seiten In die Beschreibung gepackt Ok, wollt ich noch was sagen? Eigentlich nicht, aber was fragen Was ist der letzte Schritt zum Profit? Oder der erste? Oder mittlere? Oder eigentlich alle? Ich weiß es leider nicht Da bestecke ich so viel Zeit in meine Texte Wie hochbezahlte Rapper? Gar keine Sondern lass mir von einem sechsköpfigen Jugendforscher-Team Meine Texte schreiben Weniger ist mehr Ist dann die Devise Man sagt, ich müsste meinen Text reduzieren Deshalb ich hab sofort nur noch Texte über Marken, Klamotten Und Sex produziere Gucci Gang Bang Applaus